so nächstes möchte ich hier mal meine warteschlange noch ein bisschen schmücken da werde ich jetzt mal versuchen kleines gebäude drum zu bauen glaube ich um das ding hier schauen wir mal als szenerie ne gebäude angepasst wende und zwar hätte ich gerne holz naturholz ich fange mal anders an okay so 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 Moment. Ich glaube das funktioniert, was ich mir so denke. So. 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 Gibt es hier auch in die andere Richtung. Gibt es hier irgendwie so einen Durchgang hinkriegt. Das wäre jetzt mal eine Idee. Aber. Welche hatte ich denn da jetzt gerade? Moment. Nochmal. So. 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 darunter geht es wohl nicht mehr aber vielleicht nachher noch ein paar bretter sowas wie den nagel mal gucken soweit gut wenn wir die wand mal weiter hier rüber schoben oder mehr ok Vielen Dank. So. Wird hier nicht durchpassen, oder? Wird hier nicht durchpassen. So. Okay, das wird der Grundriss. Ja, passt nicht. Okay. 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 So. Okay. 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 Let's go. So. Das waren die Falschen, oder? Die Falschen. Jemand, den da wollte ich. Okay. Das ist auch blöd. Okay. Genau hier durch die Stange. Bisschen blöd gerade. So passt es aber noch glaube ich. Ja knapp. Ich denke mal das ist okay so. Das war auch das falsche Ding. Auch das falsche Ding. Das passt nicht. Naturholz. Dann habe ich hier kein dünnes Teil. Ist der falsch wieder. Naturholzblanken. Naturholzbretter. Das ist wohl der dünnste den es gibt. Okay. 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 Hmm. 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 Das ist nicht die Farbe von denen hier. Schade eigentlich. Irgendwie dunkler halt. Hmm. 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 bogen und nicht dass wir suchen jetzt fosten als blanke aber was ja 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 So sieht man dann auch, weil die nicht gerade ist, okay, bringt sie mir auch nichts. Die ist besser. 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 Oh nein, wie komme ich denn weiter hoch? Die ist besser. 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 Ich kann nochmal gucken. Die ist besser. 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 Eure Kommentare und so sind wie immer gerne gekommen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Kritik oder sonst was habt, immer her damit. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, euer Kondor Drake.